Heute ist schon der 21. Dezember. Wir müssen nur noch dreimal schlafen, bis das Christkind kommt. Ja, dreimal nur. Kasper! Krokodil, was tust du denn hier? Freust du dich schon so auf Weihnachten? Ich freue mich total auf Weihnachten, ja. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Das weiß ich noch nicht. Weißt du, was ich mir wünsche? Ja, das weiß ich. Was, das weißt du? Das kannst du doch gar nicht wissen. Ich kann hell sehen. Was ist denn hell sehen? Wenn man schon alles vorher weiß. Was wünsche ich mir denn? Vanille Eis. Stimmt! Wie konntest du das wissen? Sag ich doch, ich kann hell sehen. Also ich weiß alles vorher. Aber es ist bei dir nicht so schwer. Das stimmt. Ich will gern Vanille Eis. Gibst du mir Vanille Eis? Das Christkind soll doch Vanille Eis bringen. Aber das dauert noch so lange. Es dauert noch dreimal schlafen, bis das Christkind kommt. Da brauche ich doch vorher schon Vanille Eis. Gut, dann hole ich dir eine Kugel Vanille Eis. Warte mal, ich bin dein bester Freund. Das stimmt. Du bist mein bester Freund. Ja, Rolle, 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 Rolle. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Da wenigstens höflich ist er. Danke, sagt er. Und ich gehe jetzt nach Hause zu meiner lieben Gretel. Und ich überlege mir mal einen Weihnachtswunsch. Aber ich weiß noch nicht, welchen Weihnachtswunsch ich habe. La, 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 la. Hallo, haha. Ich freue mich schon so auf Weihnachten. Wenn wir dem Kaschmel eine große Freude machen. Schneemann. Ach, du schon wieder. Schneemann. Ja, was willst du schon wieder? Schneemann. Darf ich mitsingen? Was willst du mitsingen? Warum willst du denn mitsingen? Du singst doch immer nur Vanille Eis. Ich will aber jetzt richtig singen. Also jetzt sage ich dir nochmal den Text. Und dann kannst du mitsingen. Aber du musst den richtigen Text singen. Der geht so. Wenn ihr am Kalender seht, dass das Jahr zu Ende geht, fängt sie an die gute Zeit. Wo es Winter wird und schneit. Genau. Und was schneit es dann? Vanille Eis. Nein, Schnee. Achso, Entschuldigung. Also. Wo es Winter wird und schneit. Und wir wollen brav und freundlich sein, wenn wir uns so auf das Christkind freuen. Weil wir uns so auf das Christkind freuen. Aber nicht schlecht. Wenn es weiße Flocken schneit, kommt die schöne Weihnachtszeit, wo man Weihnachtslieder singt, bis das Christkind die Geschenke bringt. Wo man schöne Weihnachtslieder singt, bis das Christkind die Geschenke bringt. Meine ich doch. Darf ich jetzt mitsingen? Na gut. Wir können es noch einmal probieren. Drei, vier. Wenn ihr am Kalender seht, dass das Jahr zu Ende geht, kommt sie an die gute Zeit, wo es Winter wird und schneit. Und wir wollen brav und freundlich sein, Weil wir uns so auf das Christkind freuen. Bravo. Wenn es weiße Flocken schneit, kommt die schöne Weihnachtszeit, wo man schöne Weihnachtslieder singt, bis das Christkind die Geschenke bringt. Na wunderbar, das wird noch was. Das wird noch was. Und dann noch Vanille-Eis. Ach, nein, 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 und dazu Vanille-Eis. Dann will ich auch artig sein, weil es gibt Vanille-Eis. Ja, es gibt Vanille-Eis. Nein, nicht Vanille-Eis. Immer nur Vanille-Eis. Hör auf, lass es sein, lass es sein. Du darfst nicht mit ihm. Nein, nicht Quatsch. Ich will immer nur Vanille-Eis. Alles andere ist doch gar nicht schön, Vanille-Eis. Nein, 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 der nicht, nein, der nicht, der nicht, nein, niemals, nein, der nicht. Alle dürfen mitsingen, aber der nicht, nein, der nicht. Ja, 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 jetzt sind es nur noch drei Tage, 21 ist das heute, dreimal schlafen bis Weihnachten. Der Kasperl hat noch keinen Brief geschrieben. Ach, da kommt ja der Paul. Paul, hast du einen Brief vom Kasperl? Ach, lieber Weihnachtsmann, das Christkind schimpft schon mit mir. Ich kann ja auch nichts dafür, lieber Weihnachtsmann. Schau mal, hier ist die ganze Tasche voll. Oh, da haben sich aber manche Kinder spät was überlegt. Ja, oh, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Komm, den ganzen Rest, den lege ich. Leg ihn auf den Schreibtisch, ja, leg's auf den Schreibtisch. Ja, ich leg's auf den Schreibtisch. Ich hab so viel zu tun. Leg's auf dich, ja, ich leg's ja. Leg's da wirklich, ja, ich leg's bitte auf dich. Ja, ich leg's ja auf den Schreibtisch. Ich hab so viel zu tun. Ach, der Paul, der hat viel zu tun. Und ich hab hier schon gleich den ersten Brief ritsche ratsche aufgereist. Der ist vom Krokodil. Ja, was will denn das Krokodil? Das Krokodil will vielleicht... Ich wünsche mir vom Christkind Vanilleeis. Das Krokodil wünscht sich vom Christkind Vanilleeis. So, das kommt hier auf den Ordner. Ja, da müssen wir erst mal schauen, ob das Krokodil überhaupt brav ist. Kann ich mal das Krokodil sehen? Wenn ihr am Kalender seht, dass das Jahr zu Ende geht, kommt sie an die gute Zeit, wo es Winter wird und schneit. Nein, das Krokodil singt ein Lied. Na, dann, wer singt, der sündigt nicht. Dann ist das Krokodil brav. Das Krokodil wird ein Vanilleeis bekommen. Ja, eine Kugel Vanilleeis. Ja, das wird in der Kühlbox geliefert. Ja, gut. Und ihr Kinder, ihr habt hoffentlich eure Wunschzettel schon geschrieben. Es ist ja nur noch dreimal schlafen. Bis Weihnachten! Wir sind allein auf der Kuhn! Ja, das wird in der Kuhn! Bis favissen!